Herzlich Willkommen bei LaserTV, Freunde der Präastronautik und der Raumfahrt. Das ist jetzt mein zweites Video und ich bin kein Buchautor oder Wissenschaftler. Ich bin ein ganz normaler YouTuber, der die Wahrheit wissen will über den Mond. Ja, deswegen habe ich mir heute Unterstützung geholt von einem Buchautor namens Oliver Deberling, der 2007 ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Geheimsache außerirdisches Leben. Und er wird euch heute 45 Minuten auf dem Mond begleiten, informieren und ihr werdet sensationelle, hochauflösende Aufnahmen vom Mond sehen. Und ihr werdet merken, dass die NASA und die anderen Weltraumagenturen uns seit 50 Jahren belügen. Da stellt ihr euch nur eine Frage. Warum hat die NASA keine hochauflösenden Fotos für uns bereitgestellt? Ja, ganz einfach, weil auf diesen Fotos zu erkennen ist, dass unsere galaktischen Verwandten auf dem Mond ihre Basen errichtet haben. Vielleicht schon vor tausenden von Jahren. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass sie da sind. Ja, dieses Video widme ich auch meiner Mama, denn ohne sie wäre ich nicht zum Präastronautiker geworden. Also Mama, Mama, ich habe dich ganz doll lieb. Danke, danke, danke für alles. Wurde die Erde von einer außerirdischen Zivilisation besucht? Das Mond rätselt. Zitat von Voltaire. Je mehr einer weiß, desto mehr bezweifelt er. Zitat Ende. Bürgt der Mond, unser vertrauter nächtlicher Begleiter, ein archäologisches Geheimnis, das mit unserem kulturellen Ursprung zusammenhängt? Sind dort Hinweise auf Vorgänge zu finden, die das gesamte geltende Geschichtsbild sprengen könnten? Angesichts der physikalischen Realität des Erdtrabanten wirken solche provozierenden Fragen regelrecht utopisch und wirklichkeitsfremd. Jeder weiß schließlich, dass der Mond eine lebensfeindliche und luftleere Einöde ist, von Staub und Gesteinsbocken bedeckt, vernarbt von gewaltigen Meteoritenkratern. Ein wahrhaft trostloser Ort, strahlend verseucht und geprägt von ungeheuren Temperaturunterschieden, entweder kochend heiß oder tödlich kalt. Das sind die Eigenschaften, die wir mit dem Mond verbinden, die uns über viele Jahrzehnte von den Astronomen vermittelt wurden. Inzwischen jedoch beginnt sich das wissenschaftliche Bild vom Mond auf erstaunliche und dramatische Weise zu wandeln. Der Erdtrabant erweist sich mehr und mehr als rätselhaftes Objekt, das voller Überraschungen steckt. Der angeblich uninteressante und wertlose Mondstaub entpuppt sich aufgrund genauerer Analysen urplötzlich als chemische Schatzkiste. Wissenschaftler entdeckten darin gebundene Sauerstoffmoleküle und verschiedene andere Stoffe, die von der kosmischen Strahlung so verändert wurden, dass sie sogar als Treibstoffe dienen könnten. Der Mond, so verkünden es die Astronomen, ist dermaßen reich an Bodenschätzen, dass er unsere Erde leicht jahrhundertelang mit Energie versorgen könnte. Wer jedoch würde wirklich ernsthaft Wasser auf dem Mond vermuten? Tatsächlich existiert es dort in Form von Eis, das sich an den Mondpolen dicht unter der Bodenoberfläche ansammelte. Die Wasserreservoirs sollen sich auf mehr als sechs Milliarden Tonnen belaufen, was immerhin ausreichend wäre, um hunderttausend Menschen hundert Jahre lang mit Wasser zu versorgen. Bisher wurde der Mond in seiner Bedeutung völlig unterschätzt. In seinen Tiefen stecken begehrte Rohstoffe wie Bauxit, Titan und Eisenerz, die nur darauf warten, mit industriellen Methoden abgebaut zu werden. Nach Ansicht einiger Forscher könnte der Mond sogar Ölvorkommen bereithalten. Entgegen der verbreiteten Lehrmeinung entsteht brennbares Öl nicht ausschließlich durch zerfallende Überreste von Lebewesen, sondern auch durch anorganische chemische Prozesse. Dies wird durch die Entdeckung irdischer Ölvorkommen gestützt, die aus geologischen Epochen stammen, in denen es noch keine Pflanzen gab. Viel wichtiger und im wahrsten Sinne lebenserhaltend sind jedoch die Gravitationskräfte des Mondes selbst, die die Gezeitenbewegung der irdischen Meere hervorrufen und entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Lebens hatten. Vermutlich haben wir es diesen Kräften sogar zu verdanken, dass auf der Erde überhaupt Leben entstehen konnte. Sie bewirken es, dass die Erdachse auf einer relativ stabilen Position gehalten wird und nicht chaotisch im Raum hin und her pendelt. Eine schnelle Pendelbewegung aber hätte fatale Konsequenzen für unseren Heimatplaneten und würde zu starken klimatischen Schwankungen führen. Extreme Hitze und eisige Kälte, verheerende Überschwemmungen und katastrophale Trockenheiten würden sich in rascher Folge einander abwechseln und die Entwicklung von Leben nahezu unmöglich machen. Dass die Anziehungskräfte des Mondes aber auch negative Auswirkungen haben, glauben einige japanische Wissenschaftler belegen zu können. Nach ihren Beobachtungen ereignen sich etwa 70% der schweren Erdbeben immer dann, wenn der Mond der Erde am nächsten war. Erstaunliche Erkenntnisse, die künftig für ein computergestütztes Frühwarnsystem genutzt werden könnten, das Erdbeben präziser als bisher vorhersagen soll. Erdbeben soll es auch auf dem Mond selbst geben. Lange war man davon überzeugt, Luna sei ein erstarrter und toter Himmelskörper, dessen geologische Aktivitäten schon vor Jahrmilliarden ein Ende fanden. Doch auch dies hat sich inzwischen als Irrtum erwiesen. Allein in den letzten Jahren registrierte die NASA rund 12.500 Mondbeben, deren Ursachen noch völlig unklar sind. Klar ist jedoch, dass der angeblich kalte und erloschene Mond noch immer einen glutflüssigen Kern hat, dessen Magma möglicherweise an einigen Stellen versucht, die Oberfläche zu erreichen. Vulkanausbrüche auf dem Mond, eine seltsame Vorstellung, die vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft Wirklichkeit wird. Auch das Mondgestein, das als Geröllmaterial überall auf der Oberfläche des Erdtrebanten anzutreffen ist, birgt handfeste wissenschaftliche Überraschungen. Die verschiedenen Mondmissionen brachten fast 500 Kilogramm an Gesteins- und Bodenproben auf die Erde, die vor allem auf ihrer Zusammensetzung und ihr Alter untersucht wurden. Dabei kam es 1973 zu Analyseergebnissen, die alles Wissen über die Entstehungsgeschichte des Mondes infrage stellten. Einige der Mondgesteine wurden demnach auf ein Alter von 5,3 Milliarden Jahren datiert. Nach dem gültigen wissenschaftlichen Weltbild gab es bis zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings weder die Erde noch den Mond, die zusammen mit dem übrigen Sonnensystem vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden sein sollen. Damals streifte die junge Erde ein maßgroßer Planet namens Taya, der gigantische Gesteinsmengen ins All riss, aus denen sich wiederum der Mond formte. Wie also kommt Gestein auf den Mond, das älter ist als unser Sternensystem? Der Gedanke, es könnte sich bei den untersuchten Proben um Überreste eines Asteroiden handeln, der aus den Tiefen des Alls kam und auf der Mondoberfläche einschlug, kann getrost ignoriert werden. Die betreffenden Materiebrocken gehören zu den Urgesteinen, aus denen einst der Mond entstand. Man sollte allerdings bedenken, dass die Altersbestimmung bei Gesteinen sehr schwierig ist und somit eine Fehlertoleranz eingeräumt werden muss, die im vorliegenden Fall jedoch satte 800 Millionen Jahre betragen würde. Andererseits lässt sich nicht ausschließen, dass die astronomischen Zeitvorstellungen noch völlig unzureichend sind und sowohl unsere Erde, der Mond, als auch das Sonnensystem wesentlich früher entstanden, als bislang vermutet wurde. Ein viel größeres Geheimnis wirft die Materiedichte des Mondes auf, die sich von deren der Erde erheblich unterscheidet, obwohl sie es nicht dürfte. Die mittlere spezifische Dichte des Mondmaterials beträgt 3,34 Gramm pro Kubikzentimeter, während es die Erddichte immerhin auf 5,5 Gramm bringt. Eine Tatsache, die wissenschaftlich gesehen völlig unmöglich ist, denn die Erde und der Mond bildeten sich ernährend zur gleichen Zeit aus ähnlichem Material, was zu einer vergleichbaren Dichte hätte führen müssen. Einige Astronomen vermuten aus diesem Grund, dass der Mond keinen festen Kern besitzt und in seinem tiefsten Inneren hohl ist, was im Vergleich zur Erde zu einer geringeren Materiedichte führte. Schon im Februar 1962 berichtete Dr. C. Solomon vom Massachusetts Institute of Technology, MIT, in der Fachzeitschrift Astronautics über Anzeichen, die auf große Hohlräume unter der Mondoberfläche hindeuten könnten. Zitat Die Lunar Orbiter Experimente haben unser Wissen über das Schwerefeld des Mondes beträchtlich erhöht. Es gibt Anzeichen für die erschreckende Möglichkeit, dass der Mond vielleicht hohl ist. Dr. C. Solomon steht mit seiner Beurteilung der Mondgeologie keineswegs allein. Auch der berühmte und inzwischen verstorbene Astronom Carl Sagan ging davon aus, dass unser Erdtrabant entweder hohl ist oder zumindest sogenannte negative Maskonen aufweist. Negative Maskonen sind riesige Hohlräume oder Bereiche mit einer auffallend geringen Materiedichte. Ein hohler Mond kann allerdings unmöglich natürlichen Ursprungs sein. Carl Sagan äußerte dementsprechend sogar die Vermutung, der Mond könnte ein künstlicher Satellit sein, der von einer außerirdischen Macht konstruiert und gebaut wurde. Auch wenn unser stiller Begleiter sicherlich kein künstliches Objekt ist, sondern lediglich natürliche Hohlräume oder Regionen mit geringerer Materiedichte aufweist, stimmt ein Vorkommnis aus dem November 1969 doch nachdenklich. Damals trennte die Crew von Apollo 12 nach ihrer Mondexpedition die nicht mehr benötigte Mondfähre vom Orbiter, die wenig später auf der Mondoberfläche einschlug. Ein für den Mond völlig unbedeutendes Ereignis. Tatsächlich jedoch verursachte der Einschlag des kleinen Flugkörpers ein heftiges Beben, das fast eine ganze Stunde andauerte und von seismografischen Messgeräten auf dem Mond exakt registriert wurde. Der Mond reagierte in der Tat nicht wie ein fester Körper, sondern wie eine angeschlagene, hohle Glocke. Die entsprechenden NASA-Wissenschaftler verweigern zu diesen Vorkommnissen bis heute jede vernünftige Stellungnahme. Ähnliches gilt leider auch für ein anderes großes Mondrätsel, nämlich das berüchtigte Transient-Lunear-Phänomena, kurzlebiges Mondphänomen. Gemeint sind mysteriöse Leuchterscheinungen, die seit Jahrhunderten auf dem Mond registriert werden und für die es bis dato keine rationalen Erklärungen zu geben scheint. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts katalogisierte die britische Royal Astronomical Society etwa 2600 Licht- und Leuchterscheinungen auf dem Mond, wobei lediglich ein Beobachtungszeitraum von nur zwei Jahren zugrunde gelegt wurde. Zu den auffälligsten Phänomenen gehörten unerklärliche Lichtblitze, wandernde Leuchtpunkte und wolkenartige Erscheinungen. Die Astronomen benutzten für ihre Forschungen das 35 cm Teleskop der Sternwarte in Greenwich, welches damals zu den leistungsfähigsten Teleskopen der Welt zählte. Auch noch im 20. Jahrhundert konnten Wissenschaftler und Amateur-Astronomen regelmäßig seltsame Lichter auf dem Erdtrabanten beobachten. Viele Leuchterscheinungen bewegten sich über die Mondoberfläche, andere bildeten sogar geometrische Muster wie Dreiecke und Quadrate. Einige Objekte schienen sich aus den Mondkratern heraus zu bewegen, um wieder in anderen Kratern zu verschwinden. Am 16. Januar 1956 beobachtete Robert Miles ein weißes Licht auf der Mondoberfläche, das dort mehrere Stunden lang aufblitzte und sich allmählich blau verfärbte. Im Brennpunkt des Interesses standen immer wieder die Krater Aristarchus, Timokaris und besonders Plato, in dem offenbar viele Leuchterscheinungen verschwanden. Am 30. Oktober 1963 beobachteten die Astronomen Greenacre und Barr wiederum ein intensives Leuchtphänomen am Krater Aristarchus. 1966 waren dort sogar zahlreiche rote Lichtpunkte zu sehen, die aus der Kratersohle aufschienen, sich allerdings nicht bewegten. Sechs Jahre später wurde eine mehrere Minuten andauernde Lichtfontäne von einigen Amateurastronomen fotografiert. Einige der beobachteten Phänomene wirken ziemlich bizarr und lassen sich kaum wissenschaftlich einordnen. So nahm Julius Schmidt 1866 eine seltsame Veränderung am Krater Linné im Mare Sereniatis wahr, der angeblich völlig verschwand und an dessen Stelle eine weiß umrandete Grube entstanden sein soll. Erst aufgrund von Raumsondenaufnahmen konnte endgültig geklärt werden, dass der Krater nach wie vor in der ursprünglichen Form existiert. Auch fliegende Objekte konnten von den Astronomen gesichtet werden. Ein Beleg hierfür ist eine Beobachtung, die am 12. Oktober 1954 durch das Teleskop des Edinburgh Observatoriums gemacht wurde. Dabei fiel ein dunkles Objekt auf, das dicht über der Mondoberfläche flog und sich aus der Richtung des Kraters Tycho zum Krater Aristarchus bewegte. Aus der Entfernung, die das Objekt in einem Zeitraum von 20 Minuten zurücklegte, konnte eine Geschwindigkeit von etwa 10.000 Stundenkilometern errechnet werden. Flugkörper konnte Flugkörper Flugkörper